und willkommen mein name ist an die röpe und böse zurück zuletzt place da was die frauen oder in der letzten folge haben wir kashik nähe haben wir nicht kashik betreten aber kashik ein bisschen erkundet und ja wir laufen noch ein bisschen darum wir müssen die wuchs hier befreien vor dem bösen im ferium und das machen wir mal so erst einmal du haben wir erst mal gewartet bis die ganzen viecher wieder erledigt worden sind für den sturmtrupplern und ja hallo und ja wir machen jetzt hier weiter wir sind letztens hier lang gegangen da war so ein sehr krasses wie ich das will ich gerne mal ignorieren und ja ich habe so gefühl wir kommen von hier aus wieder dahinten weil es noch so ein weg in dem mark gehen können das ist natürlich nicht wo der richtige weg ist aber wo man ja ignorieren erst mal dieses post wie ich und gucken was wir sonst noch so finden jetzt läuft es ja noch relativ gut bis auf ja genanntes letztes wie ich aber kann es ja wahrscheinlich ändern wir haben sogar diesen einen truppler da ich habe schon wieder vergessen war jetzt in den ferner truppler auslöschungs truppler nach jetzt bei ihr ok ok darf nicht so lange darauf bleiben weil sonst sterb ich aus irgendwo und wir mit so schwindelig dass ich mein gehirn irgendwie man gern von innen irgendwie auflöst sehr gut ich muss schon sagen ich habe gerade nur ein truppler gesehen ich habe einen moment lang vergessen wir mal an den wänden herum springt das war wenigstens sind wir überlegen guck 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 das war wert ich bin kein wunder hat die nichts treffen Der andere hat sich noch nicht umgedreht, gut. Aua! Was war das denn jetzt? Ich weiß, manchmal sollte man vielleicht mit einem Doppel... ...Krass. Ich werde hier rumlaufen, aber ich mag einfach. Das Einzellichtschwert lieber. Ich bin so einhand-fokussiert, hat irgendwie mehr ziel, finde ich. Aber so ein Doppellichtschwert auch wohl, gebe ich zu. das ist jetzt schon fast beim gefängnis hat schon wir schaffen das versprochen da war hatten wir sehr komischer leck hab da gesehen gehört da kann man rüber abkürzung ich kann sie nicht öffnen lassen dingen gott der jedi kann jede minute hier sein und unsere verstärkung im rückzug weniger ablenkungen desto besser jawohl da war dieser verzögerte angriff macht die kamera nicht so komisch nein ich wollte weiß weil ich wegen sowas war es gegen zwei von den kämpfen er ist vorbei was willst du vielleicht noch mal überdenken war mit den beiden haben die erledigt ja gut wahrscheinlich irgendwie ein scan oder so verbaut aber das ding hier meine ich werde ja noch mal öfter bei gegner näher diese ausgestattung das war gut was zum teufel ist mit den posen könnt ihr nicht mal wie vernünftige leute sterben aha keine wache gut es ist gut kill hier muss ich schon er kann doch nicht das eine abkürzung ist das chewbacca hallo wir sind aus rocken oh gott da ist ein boss er ist aber nicht so extrem eine fisch und annähernd wieder dinge irgendwie von hinten angekommen ist es werde schaubar irgendwie nicht da war jetzt nicht so schwierig ich kann gar nicht mehr zurück sehr cool er ist auch passend zu der zeit gewesen wer will ein paar älter kämpfen war ich dachte wir waren frei da kann ich gar nicht mehr zurück ich meine hinten war doch noch was aber die eine tür da zum beispiel lassen wir gar nichts zum bestimmten abkürzungen ja ich möchte mal öffnen da war da da war ich glaube ich auch noch nicht schnell was weg stich so schneidet man ok sind schon wieder zwei wege schon wieder was gefunden aber da ist wieder hat zeugs ich habe waren jetzt nicht so schwer ja ein schlag man ist das denn hier gott ich habe eine schnecke mit wieder hörnern oder hamburg hörnern hamburg steinbock hörnern wo jedes mal wenn ich mich mal entschließe dazu machen der bringt mich um pass auf gott oder irgendwas macht das ding auf das schnell einstecken weiß vielleicht wird das noch in der atomaren explosion ich leidenschaft bekomme ich stärke schlag ja schon so augen wie so ein hamburg steinbock mein gott ich bin nicht in der verfassung zu kämpfen gerade aber da ist ein heil dinge meditation kreis war darüber was ich mein so gefällt muss doch gar nicht da muss ich greifen es muss doch einen übergang geben ja so kann ich den ganzen wald ab schatten dann ist ja nicht irgendwie das hat mich unten bei den bäumen als ob die ort publik musste man auch mal irgendwie darunter das ist irgendwie weil er nicht gefährlichste ecke in kaschik da ist was unterhalb den bäumen ist also ich dachte ich kann da hoch da wenn auch jetzt irgendetwas kommt dann bin ich tot nur so nebenbei wenn wir jetzt nicht sicher wo ich das letzte mal gespeichert haben und jetzt das spiel scheint irgendwie immer zu lenken wenn gerade ein automatisches speicher dinge da ist und da ist irgendwie das werdet ihr mir doch nicht einfach so umsonst geben oder doch okay das ist ja okay ich dachte jetzt irgendwie wäre nicht so einfach war an gott aber anscheinend schon da ist noch eine truhe ich bin ich will ja okay okay dann lass mal darüber gehen wenn ich denke gehört da geht mir das gott er balanciert mich darauf eigentlich nur so ein paar gegner mitnehmen gott habe ich noch eine zwei gedulde okay ja gehen wir weiter nicht sagen na da ist doch die ganzen leute hier wieder auf und ja schon wieder am lenken jetzt mal wieder am speichern ist sehr komisch diese tür bewegt sich nicht oder ist was ich wollte schon sagen komme ich auch wieder hoch der woki starb an gift dämpfen im herren vergift hat den planen aber okay dann gut wenn ich irgendwie noch weil ich nicht so ein level abbekommen habe wo ich weiße was nun frage der zeit ist mit den hp also ja ich darf aber wahrscheinlich nirgendwo runterfallen bei uns bin ich auch weg das wäre was denn muss ich jetzt erledigen aber kommt schon ich bin tot noch nicht gott das geben wir noch ein level up wenigstens hat wo da oben oder ich so überspringen sollen er steht schon da bereiter ich habe angst gott gott stand gerade so außer reichweite oh gott mein herz mach auf gute aktion ich wollte noch gucken ja ich glaube ich muss blocken schon wieder ist am lenken was soll hat also los er hat automatisch speichern abstellen das will ich sowieso allgemein nicht haben abkürzung es war also was drin dass ich mal ganz kurz gucken aber kann ich nicht abstellen ich habe schon mal nachgeguckt ich komme nicht durch arbeit ok und schon sage ich muss wahrscheinlich dahin wo ich jetzt überladen abgarten ich weiß ja war niemand aber ja frage ist jetzt ne habe ich das ja ein moment ich habe überhaupt darüber zu springen nähe das ist unfair ich habe jetzt so wenig hp um dann auszuprobieren da kann ich doch eigentlich springen oder ich muss nach rechts das sehe ich schon aber ach so boah ich bin blöd ja super was ihr jetzt jetzt bin ich tot am schaden das weiß nicht wer vor allem sonst konnte ich da auch mal sachen irgendwie verlangsam wenn ich auf den drauf stand warum ging das jetzt nicht hey aber dann liegt mir zu behaupten ich weiß noch gar nicht mehr da war jedenfalls eine menge zeug dazwischen also muss man überlegen ich glaube ich weiß wo ich auch doch aber von wo muss ich den anlagen und zwar so kurz vor dem level up also wir kriegen jetzt meine erfahrungspunkte zurück gar nicht ne ich habe dich abstürzen irgendwie gestorben bin also war so kurz warum level ab okay da war ich nicht allerdings muss ich dann glaube ich tschüss aber dafür sprinten tue ich jetzt automatisch ja schon wieder ist ja nach lenken wird soll hat man sonst auch nie am länge hier sind wir an oh gott ehrlich okay da ist jetzt nicht fair ich kann die nicht erreichen der imperator kann mich mal da ich sehe schon gott vielleicht nicht so eine tolle idee aber da bist du ich hab gesagt verpasst euch ich dachte er wollte jetzt gerade vollkommen anders sagen ob blöd ist wir müssen wahrscheinlich noch analysieren noch mal her einfach getreten sagen jetzt kann ich hier und karambolage natürlich nachkampfruiden steuereinheit denkst du auch was ich denke so was kriege ich jetzt schon wieder mal was ich brauche jetzt ja und dann müsste es jetzt noch ein bisschen einfacher machen ich wollte schon sagen warum ist hier dieser meditationskreis da heißt kann ich einfach ja hoch man muss jetzt nicht hier mich durch diese ganzen typen durch kloppen ja viel besser da verstehe man immer noch nicht so ganz aber dieser einsteller da machen müssen da komme ich nicht hoch da ist meine erfahrung glaube ich da bist du gar nicht wie bitte aller tollste das ding hat jetzt dann macht das aus ne ich nehme an dazu an bleiben okay okay aber dann kann ich doch bestimmt die anderen sachen auch noch erreichen ne ich mache hier aber rechter neben neben ja davon da anhalten müssen dann müsste ich hier so rüber laufen und ja da war verdammt hat denn er sagt die ganze einwand wookies da habe ich euch zu kennen ich möchte euch zu kennen wir brauchen die wookies um es zu beenden ja du hast nichts mitbekommen aber wir sind das schon wieder passiert hallo ich wollte schon sagen aha und schon wieder ein upgrade sehr gut er hat bekommen was er verdient hat okay warte mal balla sah heila bis auch hier es war also was denn mal neue manns lackierung also als schlecht worden sein vom oberfeld gott ich weiß noch mal hat so wie man hat wie hat gedacht sei sehr gut ich hab's gesehen okay das hat nur ein bisschen später gesehen so ja da war ein bisschen zu weit dreck alles klar so ha 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 auf gott da ist schon wieder so einer der zweite angefangen keine macht zu kosten so naja schon gedacht hat man da überhaupt machen kann okay ich sag mal ausprobieren okay ich werde gar nicht auf mich los gegangen wenn ich jetzt hier dran gegangen wäre ja 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 okay okay beide wookies abgeschlossen ja weil sie erreicht weiter vielleicht noch bis zu einem speicher punkt und die zeit dazu lässt und jetzt der speicher punkt gold ich muss das ding überladen danke gut aber was das für diese folge dann wieder wo ich sagen wir gehen mal ja abschnarchen ich glaube ich kann nix holen nix mehr ne aber erst mal schauen doch darum oder ja somit bevor ein angepasst ist nachdenker sein doppelkrieg nicht schon hat keine reihe von angefangen durchführen die hohen schaden verursachen okay okay nicht schlecht sollten wir vielleicht einige von diesen bernern aufbewahren immer wieder richtig gute skills da sind aber von da bin ich gekommen ich wollte schon sagen irgendwann muss ich doch damit machen gut dann nehme ich mal an wir können jetzt da diesen aufzug benutzen jetzt sind da gar keine leute mehr gut gut verdammt ich habe diesen typen die analysiert glaube ich obwohl doch den habe ich gerade erledigt gott damit sagen das war's für diese folge ich hoffe ich hatte hat gefallen wenn ja ein hinterlass auch wieder ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen ich sehe euch in der nächste folge wieder